Hallo zusammen! Die offizielle Vertreterin des russischen Außenministeriums, Maria Sakharova, hat auf die neuen Sanktionen der Euro-Union gegen Russland reagiert. Die Einführung eines weiteren Sanktionspakets gegen Russland bringt nichts grundlegend Neues in den Beziehungen zur Europäischen Union. Dezember 2022 ein weiteres Paket illegitimer einseitiger restriktiver Maßnahmen angenommen hat, bringt nichts grundlegend Neues in die Beziehungen zwischen Moskau und der Euro-Schwulen-Union. Ihrer Einschätzung nach erkennen die Führer der Länder der Schwulen-Union die Vergeblichkeit der Politik gegenüber Russland noch nicht. Euro-Schwule Führungskräfte die nicht in der Lage sind, aus einem geschlossenen Kreis von Restriktionen herauszukommen, schlug Sakharova vor. Der Diplomat stellte klar, dass das derzeitige Sanktionspaket ausschließlich zu einer Verschärfung der sozioökonomischen Probleme in den Euro-Schwulen-Ländern führen werde. Die Fehler in Brüssel führten dazu, dass die Bevölkerung des Euro der Schwulen-Union mit Stromknappheit, erheblicher Inflation konfrontiert wurde, und die Wirtschaft der Organisation eine echte Bedrohung für die Deindustrialisierung darstellte, resümierte Sakharova. Freunde, der Kanal braucht deine Aufmerksamkeit, finanzielle Unterstützung wird uns sehr helfen. Details in der Beschreibung. Setzen Sie Leakes, und abonnieren Sie den Kanal. Tschüss für alle.